Mein Name ist Paul Kramer und ich versuche mit euch rauszufinden, welches das richtige Internetradio für dich ist. Mehr dazu nach dem Intro. Ab geht's. Bevor wir einen wegen Urheberrecht draufkriegen, drehen wir es lieber einmal leise. Internetradios gibt es wie Sand am Meer. Man kann das Ganze natürlich auch direkt bequem vom Handy starten und mit der Bluetooth-Box verbinden. Es gibt Alexa und so weiter. Aber so ein einfaches, normales Radio, was man sich beispielsweise in die Küche stellt, ist das hier. Ich muss natürlich erstmal eine Bedarfsanalyse machen, was für ein Radio brauche ich überhaupt. Wo möchte ich es einsetzen und welche Anforderungen an Qualität klangen und so weiter habe ich. Vor allem, wie viel Geld steht mir dafür überhaupt zur Verfügung. Als erstes checken wir das günstigste Multitalent, das Ocean Digital, was in meinen Augen so das typische Küchenradio widerspiegelt. Und in der Preisliga 100 Euro spielt, das DAPDAP Plus, UKW, RDS und natürlich auch Internetradio empfangen kann. Und das Geniale bei Internetradio ist natürlich, wir kriegen über 20.000, 50.000 Sender, wie viele gibt es auf der Welt, von Shanghai bis USA und so weiter. Wir können wirklich alles empfangen. Finde ich eine super Sache, wenn man nicht immer diese typischen Regionalsender hören möchte, sondern auch mal was Außergewöhnliches oder was anderes. Solche Internetradios besitzen natürlich WLAN, Bluetooth, was bei dem hier noch ein weiterer Vorteil ist. Und der wäre, wir können hier ein LAN-Kabel anschließen, wird auch gerne WLAN-Kabel genannt. Weitere Anschlüsse natürlich AUX-In, das heißt wir können auch vom Handy zum Beispiel Musik auf dieser Anlage abspielen. Wir haben Audio-Out, das heißt wir können von diesem Gerät auch in größere Systeme unsere Musik einspielen und natürlich nochmal einen Kopfhöreranschluss. Außerdem sinnvoll, wenn man nicht immer aufstehen möchte, eine Fernbedienung ist auf jeden Fall mit dabei. Ganz wichtig, ist der Strom weg, kommt der Strom wieder, wird das letzt abgespielte Radioprogramm wieder gestartet. Favoriten und so weiter können wir hier natürlich einspeichern. Je nach Standort ist es natürlich sinnvoller, die Fernbedienung einzusetzen. Natürlich können wir auch alle Einstellungen am Gerät selber vornehmen. Wir können auch unsere Favoriten hier einspeichern, damit wir nicht jedes Mal umständlich suchen müssen, um etwas zu finden. Uhrzeit, Datum können wir uns einzeigen lassen, das müssen wir auch nicht umständlich einstellen, denn diese Daten zieht er sich sofort und direkt aus dem Internet. Wir müssen das Gerät einfach nur einschalten, einmal kurz mit dem WLAN verbinden und dann kann das Ganze losgehen. Was beim Ocean Digital natürlich vorteilhaft ist, dass wir nicht nur Internetradio haben, nehmen wir das vielleicht mal mit auf Reisen oder sonst irgendwo, dann können wir auch DabDab Plus hören und haben auch digitales Radio in High-End Qualität. Jetzt direkt in den Vodafone Shop. Das Schöne bei digitalen Radios bzw. Internetradios ist, wir bekommen immer angezeigt, welches Radio läuft und natürlich auch welcher Track und Interpret da gerade rund geht. Preis-Leistung ist natürlich der absolute Hammer. Wir können hier Playlisten abspielen und so weiter und wir können so ziemlich alles damit empfangen, also nicht nur das Internetradio. Wer allerdings nochmal 60 Euro mehr drauflegen möchte, der bekommt ein Radio, das nicht nur ein Küchenradio ist von der Soundqualität her, das ist das hier nämlich, sondern auch was mit mehr Bass, wo man auch schön im Wohnzimmer mal Musik hören kann. Und das wäre auf jeden Fall die Anlage von Bose. Genauer gesagt, die Bose SoundTouch 10. Wir haben hier keinen großen Schnickschnack, kein Display, wir können dafür das Ganze aber sogar mit Alexa steuern bzw. verbinden. Wir haben ein Radio, bei dem wir feste Sender einprogrammieren können, auch Playlisten und oben dann quasi auf dem Gerät diese Tasten einfach nur drücken und dann läuft das entsprechende Programm. Ganz klar, das ist was für Minimalisten, was Display-mäßig angeht, die aber einen guten Sound haben möchten und nicht allzu tief in die Tasche greifen. Klar, von Bose gibt es sowas auch mit Display und so weiter, da liegen wir aber in der 360-Euro-Klasse und das ist für ein Internetradio bzw. für ein Gerät, wo man einfach nur mit Radio hört, in meinen Augen viel zu viel Geld. Bose hat dafür eine eigene App, in der man alle Voreinstellungen, Playlisten und sowas mit reinschieben kann und das ist natürlich vorausgesetzt, dass man ein Smartphone hat bzw. damit umgehen kann. Das heißt, für die ältere Generation, die gerne Musik hört, ist das vielleicht unter Umständen nichts. Und da kommt dann die Anlage von Teufel ins Spiel. Genauer gesagt, die Teufel 360, diese hat wie das preiswerte Modell ein Display, lässt sich also auch so über die Drehknöpfe und so weiter steuern. Eine App ist da allerdings erst in Planung, die ist noch nicht fertig, aber soundtechnisch sind wir auf dem Bose-Level und Display-mäßig, also dass wir auch was angezeigt bekommen, ohne dass wir ein Handy zur Hilfe nehmen müssen, sind wir da natürlich völlig autonom unterwegs und wir können alles über das Gerät selber steuern. Von Geräten wie Medion und Co. muss ich leider Abstand nehmen. Die haben sehr, sehr schlecht abgeschnitten bzw. haben sehr, sehr schlechte Kritiken im Internet geerntet. Sind soundtechnisch natürlich auf dem Küchenradio-Level genauso wie dieses hier. Und deshalb habe ich für euch die drei potenziellen Internetradios rausgesucht. Einmal Low Price, gute Ausstattung, das Ocean Digital. Dann für mich auf jeden Fall definitiv auf Platz 2 Preis-Leistung, Top Sound, Top Bass, super. Die Anlage von der Firma Bose. Und für mich auf Platz 3 soundtechnisch super mit autonomem Display, also wir brauchen nicht immer ein Handy oder irgendeine App. Die können das Ding als Standalone benutzen, ohne dass man sich umständlich vorher irgendwelche Playlisten raufziehen muss. Die letzten beiden Geräte sind selbstverständlich mit Spotify kompatibel. Auch hier kann man Playlisten mit anlegen. Ist natürlich immer die Frage, wie viel Geld möchte man anlegen. Natürlich kann man auch schon vorhandene Bluetooth-Boxen oder Laufsprecher oder Anlagen mit diesem Gerät kombinieren. Und von daher kann man da auch Geld sparen, wenn eh schon gewisse Systeme vorhanden sind. Ich habe euch alle Geräte unter dem Video in die Infobox verlinkt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen bei der Kaufentscheidung. Und da würde ich mich natürlich über ein Abo von euch freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Video Check. Euer Paul Kramer. Euer Paul Kramer. Euer Paul Kramer. Euer Paul Kramer. Untertitelung des ZDF, 2020